Sie planen mit einem aufrollbaren Shade Inox von Shade Design Ihre Terrasse, den Balkon oder die Dachterrasse vor Sonne und Regen zu schützen. Doch welche individuellen Auswahlmöglichkeiten erlaubt das System? Wir wollen Ihnen in diesem Video eine Übersicht geben, wie Sie das Schattensystem an Ihre Wünsche und Vorstellungen anpassen können. Ausführliche Anleitungs- und Montagevideos stellen wir für unsere Shop-Kunden in unserem Premium-Bereich zur Verfügung. Für regelmäßige Tipps und Tricks abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Auswahl Nummer 1, eckige oder runde Masten. Sowohl bei dem Shade Inox als auch bei dem Cube-System können Sie anstatt runder Masten auch eckige Masten wählen oder einen runden und einen eckigen. Alle Kombinationen sind möglich und der Preis ist immer derselbe. Nutzen Sie in unserem Online-Shop am Ende Ihres Bestellprozesses einfach das Kommentarfeld und notieren Sie diesen Wunsch. Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Infocard verlinkt. Sollten Sie im Vorhinein bereits ein Angebot von uns bekommen haben, teilen Sie uns im Kommentarfeld Ihre Angebotsnummer mit. Im Anschluss können Sie wie gewohnt über den Bestell-Button Ihre Bestellung abschließen. Auswahl Nummer 2, Mastfarbe. Nicht nur bei der Form, sondern auch bei der Farbe der Masten haben Sie die Wahl. Mit einem Aufpreis können die Masten des Shade Inox in allen gängigen Raltönen bestellt werden. Geben Sie auch hierbei diesen Wunsch am Ende Ihres Bestellprozesses einfach in das Kommentarfeld ein. Ein Tipp, mit Sprühfolie können Sie Ihrer Anlage einen ganz eigenen Look verleihen. Ein weiterer Vorteil hierbei ist, dass Sie die Sprühfolie im Nachhinein rückstandslos wieder abziehen können. Mehr zur richtigen Wahl der Sprühfolie haben wir Ihnen in der Infocard verlinkt. Auswahl Nummer 3, Bedienseil und Aufrollkomponenten. Neben der grauen Variante ist das Bedienseil des aufrollbaren Shade Inox auch in Schwarz verfügbar. Teilen Sie uns einfach mit, falls Sie lieber eine schwarze Variante anstelle des grauen Bedienseils wünschen. Der Preis des Bedienseils ist bei beiden Farben gleich. Und auch die Komponenten der Anlage können in verschiedenen Farben gewählt werden. Hier stehen Weiß, Weiß-Aluminium und Anthrazit zur Auswahl. Sie können dem Shade Inox, dem Gewinner des German Design Awards 2021, Ihre ganz eigene Note verleihen. Auswahl Nummer 4, Wandkonsole oder Schiene. Die einzelnen Konsolen zur Wandmontage sind standardmäßig im Lieferumfang des Shade Inox enthalten. Diese können bei den meisten Gegebenheiten zur Montage eingesetzt werden, da sie den Vorteil haben, dass man flexibel auf Unebenheiten oder Unterbrechungen an der Hauswand reagieren kann. Es wird pro 80 cm Tuchwelle eine Konsole zur Befestigung benötigt. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie bei einer Tuchwelle von zum Beispiel 331 cm genauso viel Konsolen einplanen müssen, wie bei einer Tuchbreite von zum Beispiel 400 cm. Für beide Breiten benötigen Sie fünf Konsolen. Die einzelnen Konsolen sind immer schon vorgebohrt. Wenn Sie eine gerade, durchgängige und ebene Fläche zur Verfügung haben, können Sie alternativ auch eine lange Konsolenschiene nutzen. Die durchgängige Wandschiene hat den Vorteil, dass sie, im Gegensatz zu den einzelnen Wandkonsolen, einen weniger wasserdurchlässigen Abschluss bietet und die Montage etwas einfacher ist. Die Konsolenschiene gibt es ab einer Anlagenbreite von drei Metern bis hin zu einer Länge von sechs Metern. Die Schiene ist nicht vorgebohrt, sodass die Bohrungen auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden können. Nutzen Sie Senkkopfschrauben und bohren Sie die Schiene entsprechend vor, damit die Schraubköpfe nicht aus der Schiene hervorstehen. Wenn Sie Ihr Shade Inox in einem Wärmedämpferbundsystem befestigen oder Ihre Montage einfacher gestalten möchten, nutzen Sie das Montageprofil. Auch dieses ist nicht vorgebohrt und kann auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Auswahl Nummer fünf. Ohne Schutzjalousie für die Unterdachmontage. Aufgrund des geringen Gewichts ist die Montage des aufrollbaren Shade Inox unter einer Decke mit einzelnen Wandkonsolen oder einer langen Konsolenschiene überhaupt kein Problem. Allerdings kann das Schutzdach bei dieser Art der Anbringung an dem System nicht angebracht werden. Um in unserem Online-Shop ein Angebot ohne die Kosten des Schutzdaches zu bekommen, gehen Sie bitte wie folgt vor. Legen Sie sich Ihr Wunsch-Shade-Segel in den Warenkorb, fragen Sie ein Hilfsangebot an und schreiben Sie in die Anmerkung Deckenmontage ohne Schutzjalousie. Wir erstellen Ihnen dann kostenlos ein unverbindliches Angebot. Wichtig zu bedenken ist auch, dass bei einer Deckenmontage ausreichend viel Neigung für einen korrekten Wasserablauf vorhanden sein muss. Das Shade Inox ist ab einer 8-Grad-Neigung, dies entspricht ca. 15 cm pro Laufmeter, selbstentwässernd. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der Produktbeschreibung. Falls dieses Gefälle aufgrund einer niedrigen Decke nicht eingehalten werden kann, können höhenverstellbare Masten eingesetzt werden, um bei Regen einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss zu gewährleisten. Eine komplette Aufbauanleitung zum Shade Inox haben wir zudem hier in der Infocard verlinkt. Auswahl Nummer 6 – Individuelles Segelmaß Normalerweise wird das Shade Inox Twister-Segel in einheitlichen Maßen gefertigt, die immer in 50 cm Schritten aufsteigen, z.B. mit einer Breite von 3 m und einem Ausfall von 5 m oder einer Breite von 3,5 m und 5,5 m Ausfall. Sondermaße der Breite und des Ausfalls sind auf Anfrage allerdings möglich, sodass eine individuelle Länge von z.B. 434 cm möglich wäre. Der Preis bei dieser Sonderanfertigung bezieht sich allerdings immer auf das nächstgrößere einheitliche Maß. Bei unserem Beispiel von 434 cm würden sich die Kosten also auf eine Länge von 450 cm belaufen. Wenn Sie für Ihr Twister-Segel von Shade Design ein Segel nach Maß wünschen, bestellen Sie einfach in unserem Online-Shop das gewünschte System und notieren am Ende des Bestellprozesses, bevor Sie auf Kaufen klicken, im Anmerkungsfeld Ihre exakten Wunschmaße. Auswahl Nummer 7. Gekröpfte Masten Sofern Sie Ihr Shade Inox auf Ihrem Balkon aufbauen möchten, haben Sie die Möglichkeit, den Sonnen-, Regen- und Sichtschutz durch den Einsatz von gekrümmten Masten zu maximieren, da diese einen längeren Spannweg bieten. Auf Wunsch können diese individuell gefertigt werden und auch die Höhe der Kröpfung kann passgenau an Ihr Balkongeländer angepasst werden. Auswahl Nummer 8. Gekürzte Kurbelmasten Höhenverstellbare Kurbelmasten gibt es standardmäßig bei dem Shade Inox zwischen 242 cm und 400 cm Länge. Aber die höhenverstellbaren Masten können auf Anfrage auch kürzer bestellt werden. Hierbei werden diese allerdings immer mit einem angeschweißten Standfuß gefertigt, wodurch es zu einem Aufpreis kommt und bei der Kürzung des Mastens wird immer auch die 75 cm lange Höheneinstellung verkürzt. Das heißt, bei einem höhenverstellbaren Kurbelmasten mit 2,42 m Länge haben Sie die kompletten 75 cm Höheneinstellung. Jede Kürzung des Kurbelmastens wird zuoberst an der Höhenverstellung angesetzt. Somit können Sie zum Beispiel bei einer Länge von 2 m das Segel tatsächlich nur noch um 33 cm in der Höhe verstellen, anstatt der 75 cm. Auswahl Nummer 9. Multi-Anlagen Sie benötigen noch mehr Schattenfläche als das Maximum von 36 Quadratmeter? Die Shade-Systeme lassen sich hintereinander als Shade-Twin oder auch beliebig nebeneinander montieren. Als Shade-Multi an der Wand, als freistehende Variante Shade-Frame oder auch nebeneinander stehend als Multi-Frame oder sogar als Shade-Twin-Multi. Diese Module sind beliebig kombinierbar, sodass es eine Lösung für jede bauliche Gegebenheit gibt. So erhalten Sie maximalen Schatten- und Regenschutz. Auswahl Nummer 10. Schraubfundamente und weitere Befestigungsmöglichkeiten. Mit unserem Schraubfundament-Set können Sie das Shade Inox ohne Betonfundamente im Erdreich installieren. Wir empfehlen den Einsatz der Schraubfundamente beim Mutterboden, der nicht zu fest ist und in dem man die Schraubfundamente bis zu 70 cm eindrehen kann. Wie Sie Ihre Bodenklasse bestimmen und welche weiteren Faktoren für eine stabile Befestigung benötigt werden, zeigen wir Ihnen in einem separaten Video zu diesem Thema. Dieses finden Sie hier in der Infocard verlinkt. Weitere Befestigungsmöglichkeiten der Masten sind Wandschellen, Balkongeländerbefestigung und Standfüße. Wenn Ihnen das Video weitergeholfen hat, dann hinterlassen Sie doch einen Daumen nach oben. Und falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie die hier bei YouTube direkt unter das Video oder an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.